Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit Bau hier und mir, hallo Hallöchen Oh der Killer ist in meiner Nähe Und hier ist halt mitten auf dem Feld ein Generator Ich jagt schon jemanden hinterher, ok Ja, wirklich Wer das nicht wusste Das ist der Billy Hinterwettler mit der Säge Ja Mach mal, zumindest Ich versuche mal, ihn zu retten Ja, mach mal Ach nö Der Killer ist bei mir Ok, dann kann ich nur noch meine Daily abschließen Bist du beim Killer oder äh beim Kenn ich alle? Ja der Killer ist bei Nein Weil er angezeigt hat, dass er kennt Ach ja, da bist du Ich hoffe Oh nö Autsch Hallo Das ist aber jetzt kein Gentleman Naja Ja Ja tut einer lege weh Ich hab kurz vorher losgelassen bei Totem Und es ist mein Licht gegangen Guck mal wegen dem Pumpen Uff Ich hab die Palette nicht gesehen So Der hat mich hochgehoben Ich scheint für ihn sehr schwer zu sein Ja So er hebt mich jetzt Er hängt mich auf Sind schon welche in deiner Nähe? Es ist einer im Haus In diesem komischen Haus Riesigen Haus Ja er kommt zu mir So langsam Ich hör seinen Herzschlag Warum? Ich glaube der Killer ist im Haus Ja So ich hab das Totem Nummer 2 hier vor Mal sehen Ich spiel ja eigentlich nur wegen der Daily weil ich sie weg haben möchte Also von daher Daily habe ich gemeistert Gar nicht so schlecht Okay Wetten in dieser In diesem Häuschen ist ein Generator Ja Tatsächlich Hä? WTF Wir machen gleich einen Generator an Oh sehr schön Nein der Killer ist hinterher Das war Glück von mir Es war Glück von mir Er ist direkt an mir vorbeigelaufen Ich dachte ja er geht einen anderen Weg Aber Wollte er wohl doch nicht Er singt euch hier Ich glaube er hört mich aber er weiß nicht genau woher der Das Stehen ankommt Na Es wäre schon cool wenn es einen Job geben würde Was dein Wenn du Stöhnst Quasi den Ton woanders verlagern Das wäre geil Auf einem anderen Ort der Karte Weißt du so Nein Hat er mich Nein Au Aber ich habe den Haken hier vorne Das hat er so reduziert Ja such mal schön einen Haken Komm Such einen Haken Oh Bitte lass mich frei gehen Nein ich sehe schon Komm zu einem Millimeter Nein 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 Oh Gott So knapp So knapp So knapp So Ein Generator im Haus Ich habe mich so erst hocken als er sich aufgehangen hat Ich habe ein Masselkraft gekriegt Na ja aber gleich Manchmal ist es einfach nur Pech weißt du du kommst aus der Ecke Und zufällig in dem Moment kommt der Killer aus einer anderen Ecke und sieht dich Naja er kommt auch wieder zurück Naja er kommt auch wieder zurück Naja er kommt auch wieder zurück Oh Totem Nummer 3 Hä Da ist er raus Oh Pass auf er geht jetzt zu den einen Ausgang was mehr weiter rechts Aber die sind ja relativ nah also das ist erstmal wo treffen Hast du gesehen wo die Ausgänge sind Er hat nöt Er hat nöt Ja ich bin an einem Ausgang tut mir leid geht zum anderen Wenn ihr könnt Ja Ja Ich wollte eigentlich dass du erstmal weg von den Ausgängen gehst Ja ich wollte ja weglaufen aber er hat mich halt gesehen Wenn er dich hochhebt sagst du bitte Bescheid Er hebt mich hoch ja Ja Aber hier ist auch der Haken sofort Ja Aber das Gute ich hab ich hab die Quest fertig gemacht Yeah yeah Ja ich auch Aber ich mach mir ein bisschen Gedanken Ja Ah Ich war ja gar nicht in einem Haus Genau Ach Ah ohl Totem ist nicht an Ich schau mal nach Ok der Killer Weiß ich nicht wo er ist Der andere Survivor ist auf jeden Fall am Ausgang der killer ist nicht da ok jetzt hört man was ja der killer ist jetzt an dem ausgang geöffnet wurde die andere ist genau da rechts ich habe nicht so viel abgehangen leider habe ich mit irgendwelchen quatsch machen ja ich versuche einen anderen mal wieder schutztreffer einzusammeln ich habe einfach nicht weiter mit der quest ja weil ich auch nicht absichtlich dorthin renne ich will abheben vom haken aber ja das zwischenrennen sind auch so ein bisschen ich habe zweimal schiller ich habe hier mal bei flüchtlingen habe ich kein einzigen kein einzigen ich habe ich war gar nicht gesehen der killer war nicht also ich habe ihn gesehen aber er ist halt nie hinter mir hergelaufen dafür dass ich kein einziges mal abgehangen habe und meine den vordergrund hatte ja bin ich zufrieden damit seid ihr zufrieden damit ja dann gibt es ein like und gibt mir ein follower ich freue mich über leute die hier meine sachen kommentieren oder mir ein like geben oder ein follower ich bin noch sehr 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 klein und ja und da freut man sich immer besonders wenn man das ist dann dankeschön fürs zuschauen aber